So, wow, also ich bin voll geflasht heute Morgen, da liegt diese Kiste jetzt vor mir hier auf dem Teppich und ich gucke mir die Farben an und die sehen heute Morgen ganz neu aus, jetzt sind sie ja alle getrocknet, ich kann ja nochmal was erzählen, wie ich das gemacht habe, aber erstmal, guckt mal, das sind so, also fast wie Algen oder, ne Quatsch, wie heißt es, oder so Dendriten oder Wesen von einem anderen Stern, Korallen war das Wort, was fehlte, ist noch früh am Tag, jo, auch von der Seite, drehe ich es mal um, boah, das ist echt was zum Geschichten erzählen und man kann sich wirklich, ich kann mich nicht satt sehen, ich bin echt sowas von geflasht, jo, ja gut, da ist natürlich das Schild, 19 Stück, steht da, Passionsfrüchte Kolumbien, okay, die habe ich natürlich nicht alle gegessen, 19 Stück, nein, ich habe mir die leeren Kartons geholt aus dem Lidl und habe losgelegt, da kommt jetzt noch Farbe drüber, das lasse ich glaube ich nicht so, aber insgesamt ist das einfach, finde ich, ein tolles Kunstwerk und ich denke, ich werde das mal schön fotografieren lassen wieder, jo.